so guten tag leute hier spricht wieder euer peter game ich bin mal gespannt was sie was sie was sie hier vorhaben in dem lager bin ich mal gespannt leute was wir jetzt mit dem lager vorhaben also da sind wir ok das ist auch praktisch aber die große frage ist was haben sie hier vor ich weiß was passiert wenn ich die falsche tür nehme nichts gutes aber wir wissen ja welche türen der geht nach unten der geht nach unten und der einzigste der nach oben gehen ist der sein ok jetzt ich wusste dass das symbol wichtig war nach allem was wir getan haben um das ding zu kriegen soll es uns jetzt jemand stehlen das habe ich nicht gesagt ich frage mich warum wir es überhaupt genommen haben der plan ist gut er erfordert lediglich etwas zeit ich weiß aber diese blöde warterei ja 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 ich Du siehst scheiße aus Scheiße Was ist das Verdammt Mann am Boden Okay, so haben wir die geschafft Leute Okay, zwei Gegner, sozusagen drei Gegner Cut Zwei Gegner sozusagen durch das erledigt Leute War ein Vorteil Das ist ein Vorteil durch die Dass man die Angst Das Angst Ding haben Das war der Vorteil Wo man dann Durch das Abby, hier ist Lara Ich bin im Trinity Lager Sie haben eine gestohlene Krabbe bewacht Diese Krabbe gehört Zipakna Kein Wunder, dass die Erde bebt Abby Du musst die Krabbe in den Tempel bringen, wo sie hingehört Okay, mach ich Okay, wir müssen ihn in den Tempel bringen Um, um hier wieder ein bisschen Ruhe ins Ding zu kriegen Leute Um ein wenig Ruhe zu kriegen Ja, muss man fahren Ja, mit Muppen So, dann schauen wir mal Was wir jetzt machen müssen Hoffentlich ist es einfach Einfach Nike in den Tempel Das ist ab und nicht Und fertig Und das passiert nicht Das wäre halt Der einfachste Punkt Das wäre halt das einfachste Wenn man es hinkriegt Aber wir werden es sehen Ich glaube, ich kann den Tempel sehen Davor befindet sich ein Dorf Das ist er Das Dorf ist verlassen Wegen der Schlammlawine Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen Es wird nicht funktionieren Okay, das ist mir nicht Sorry Ich glaube, ich kann den Tempel sehen Davor befindet sich ein Dorf Das ist er Das Dorf ist verlassen Wegen der Schlammlawine Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen Okay, vielleicht finden wir irgendwas anderes rum Aber Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren Hoffentlich können die Dorfbewohner bald zurückkehren Ich muss durch die Kirche gehen Vorsicht, die Häuser sind baufällig Ja, das gibt es ja Dem Alter des Papiers nach Wurde das hier vor Jahrzehnten zurückgelassen O großer Sipagna Schöpfer der Berge Vernichter der Törichten Und Wächter der Flammen unter der Erde Gewähre meinem Sohn und meiner Tochter Sicheren Tritt auf deinem Mantel In Unversehrtheit und Wohlstand Mögen deine Macht und Weisheit Sie stets begleiten Okay Warum hat sie sie nicht festgehalten Leute, warum Oh mein Gott Ich glaub's nicht Trinity hat die Brücke zerstört Da kommst du schon rüber Ich muss mein Gewicht richtig einsetzen Alter, was hat Trinity hier vor? Oder Leute Das muss man jetzt nur Keiner sagen Leute Das muss jetzt kein Ich bin jetzt im Tempel Sipagna ist eine Krabbe Seine Lieblingsspeise Ich bin okay Und ich sehe es, die Partner Ich nähere mich Alter, was geht denn hier ab? Das ist tödlich Ich muss es irgendwie stoppen Okay, Alter, dann müssen wir richtig Schnell sein Das war wirklich viel Das war viel zu knapp, Leute Viel zu knapp Einfach wunderschön Es muss noch mehr Auslöser geben Wenn ich alle finde, ist Sipagna wieder ganz oben Das war wirklich nicht so Ich muss weiter rauf. Ich muss weiter rauf. Ich muss weiter rauf. Alter, Schmähne. Okay, so ist es komisch. Moment vorbei. Ich bin mal da. Ich muss weiter rauf. Wolle nach unten stehen. Zähnen kann es nicht. Oh, come on. Alter, das wird mit was Doppel. Okay, wie soll man? Alter, das ist jetzt ein bisschen knifflig, Leute. Weil oben... A la route, man. Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Das ist echt schwierig. Das Problem ist die Zeit. So kommen wir einfach gar nicht. Ich muss doch hochkommen. Das ist tödlich. Ich muss es irgendwie stoppen. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Das ist ganz wichtig. Das ist das Problem, was wir jetzt haben. Den Wundern können wir wissen, wir haben ja auch schon. Die Maschine, 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 die Maschine und die Maschine, die Maschine. Und wenn es da hochkommt, dann brennt es schon wieder, Leute. Es brennt dann schon wieder. So, Leute, ich würde sagen, wir machen dann für heute wieder Feierabend. Und somit sagt, euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.